die Kürtel ist nicht hier keine Ahnung die Dornen hat auch nicht Langeweile Prozent aber ein Alter weißt du das Grün nicht ganz schön aufregt er hat die Grüne haben jetzt den Weg genommen er sagt Grün kommt zu Blau ja das habe ich auch von festgestellt mit einem Grün ist ein bisschen mehr Blau ja das das ist mir auch gerade irgendwie aufgefallen so sind sie das Jahr und ich denke mal die Grün wird immer Ruhr und das hat immer ganz schön heftig drauf in die Schmerz schmeckt es schon die sollen aber nur nicht denken dass die die Dixen Eier haben sondern ich hab die Dixen Eier hihihi Fakke wie einfach jeder von Leuten hat die Pärzpott ach so ich steh nur in so einem Typen drinnen ja verlass ruhig einfach oh das sind aber die Dixen Eier sind wir alleine an dem Haus noch jemand nein nein einer ist noch der Leben das ist einfach mal hinterher hinterher das reizt mich für die Basis wieder die Wunschung der Alte Stunders knicken alle die Gärten ist sowieso gerade bei Grün das sind gerade hinterher die Kräste nicht mit die bei den Schmiedsbrüchen bei dem Schmiedsbrüchen oh nein sind bei uns in der Basis ich hab ihn versucht zu füsten nein er geht hoch er geht hoch wir füsten ihn 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 da kommt wieder einer da kommt wieder einer da kommt wieder einer kommt wieder das wurde mir gefallen echt jetzt das ist echt schlecht hä wieso kann ich hier keine Kisten mehr platzieren ich glaub mal der ehrgeizig gerade richtig ach auch das ist aber nett dein hat gerade verlassen und vorher seine ganzen Items noch hier in die Kiste reingetan ja jetzt sind wir auch nur noch alleine wir allein gegen diese äh elend hier ich hab mir mal wie das was du ja du bist ja nicht naja ich brauch die ähm warte wer ist das denn dann drum gelb hat jetzt einen Weg in die Mitte und die schießen wir auf uns ich glaube wir barrikadieren uns hier ein hab ich gehört ja hab ich auch ein bisschen gehört wäre eine Option ja ja anders ich glaube wir bauen uns erstmal richtig was auf jetzt hier mach das komm du bist unser Architekt ich baue das mehr zu weil ichs kann ich baue uns erstmal fliehen ach so ah ich bin grad zu unfähig auch wenn wir noch sau wenig Bögen haben aber trotzdem abgehört auf ein höheres Niveau so wir legen jetzt alles zusammen was immer geht so was man nicht braucht kann in so eine sonstige Kiste geschmissen werden so ich hol mir jetzt erstmal einen Bogen holl was war der TS okay mich grad schon gewundert ne ne ist alles ok Wow, wie effektiv das doch ist. Was macht ihr da? Wir machen gar nichts. Was explodiert denn hier die ganze Zeit? Ja, was wohl? Der hat TNT-Scherwe benutzt. Aber das ist ein bisschen uneffektiv, wenn man die Basis nicht abbauen kann. Tja, Treus. Ja, wir sind trotzdem gelbschottslos ausgeliefert. Nein, das hat noch lange nicht zu bedeuten. Ein Handy. Noch ist gar nichts verloren hier. So schnell geben wir ganz bestimmt nicht auf. Kann man... Ah doch, man kann doch ja noch blöcke produzieren. Ich habe so gehört, dass gelb kommt. Echt? Ja. Ja. Ich sollte mir mal Rüstung machen. Oh Gott, da hat mir fast ein Fehler. Oh, wer hat denn hier den Eingang zugebaut? Hä? Was machst du? Hä, spring einfach hoch. Pff. 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 Okay. Fühle Reaktion. Ich hab Angst. Sag mir das mal, Alter. Aber warte, ich kann mir auch einen Bogen machen. Kommen die? Hm, trauen sich nicht. Opfers. Ich brauche ihn mal essen. Alter, ich hab ihn jetzt schon dreimal getroffen. Muss sagen Sie mal... Vincent hat ihn auch noch ein paar Mal getroffen. Vielleicht hat er ja Heiltrago oder so getroffen. Der weiß, was er genommen hatte. Loll. Was denn? Wie ich einfach auf mein Home gewechselt hab. Nein, ich hab ihn schlecht gehoffen. Was? Das? 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 Das ist ein Moment. Das fail in der Aufnahme. Passiert. Kannst du mal haben? Da komm ich auf die falsche Taste und mein Home öffnet sich erst mal. Und dann muss ich wieder auf Minecraft und das wieder auf Rollbild und... Auch nicht schlecht. Los geben. Wider Beschuss? Ah, ne, doch nicht. Das ist gut, dass sie ihre Schafe benutzt haben, weil dadurch haben die sich ganz schnell wieder den Weg kaputt gemacht. Wie wir die permanenten Pfeilen bis BM, Alter. Ich auch. Das bringt zwar nicht viel, aber ja. Na doch, das belastet die ja schon, wenn da tausend Pfeile fliegen. Ist das effektiver als ein Pfeil oder nicht? Nö. So links und rechts ist eh alles frei, von daher kann das haben wir auch noch keine Sorgen machen. Warte mal. Was denn? Dabei zu trotzdem, wir machen das nicht. Wir würden auf den Seitenweg nicht reagieren, wenn wir den jetzt vielleicht versuchen weiter zum Baum. Hm. Man kann es versuchen. Also items haben wir genug auf Lager, also das ist nicht, also... Wir sind ausgesucht. Bist du in Tränen oder was? Bist du in Tränen oder was? Bist du in Tränen oder was ausgesucht. Ja nur, komm. achte deine Mama bitte camp mal nicht ja Alter die sind in der Überzahl, da soll man nicht rumheulen warte ach wir sind denn nur noch wir, Leute wir sollen nicht campen weißt das ist auf der einen hat ne Ender Perle das ist auf, unter dir haut ihn weg, haut ihn weg, haut ihn weg, haut ihn weg ok der eine ist gestorben Alter wie viel Leben hat denn der? ich geh hoch, ich hab nen Weg komm mit pass auf die Basis auf ok Decke dran, pass auf, stimmt wo ist der? lol macht ihr wir suchen den Typen hier war kein Typ doch hier ist er doch hier ja, stecke dran ok er ist tot oh Alter wie er mich weggefickt hat, Alter ja er hat das stecke dran bestimmt scheiße ok aufpassen jetzt mein Mauspatch hä? was denn? was denn? was denn? was denn? ich will mich einfach bei jeder Gelegenheit treffen was denn? mach dir mal nen Bogen da ist Gold in der Küste naja ich mach jetzt mal ne Rüstung mh ja ich will mich auch das ist